... ... ... ... Lauf, lauf, alles auf! Okay! Stopp, Herr Föhl, neue Räder. Spiel eine Räder zusammen. Jetzt macht es einer Schere, dass man die Raumverlagerung besser sein könnte. Und zwar, wir die Gute aufstellen, wir alle eine Ausgangsposition nehmen. So, eine Idee, die ganz wichtig ist, was man dann noch hoffentlich in der Raumverlagerung besser schult, auch wenn man gleich Doppelfast spielen, aber jetzt spielen wir auch ohne Doppelfast. Aber wenn ich zu mir spiele, dann muss ich zurück, sondern zu mir. Okay? Und die zweite Sache ist, ich darf keinen langen Pass spielen. Kein langen Pass in die Mitte, von dort und dieser Hälfte. Also ich muss wirklich erst hier, wenn du in die Mitte kommst, dann kann ich weiter zu schnellerspielen. Und sonst noch kurz und besser. Ja? Verstanden? Jetzt muss ich noch schneller spielen. Und noch schneller, Frage nach. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So, noch etwas könnt ihr wieder studieren, aber typisch weiter verboten, jetzt ist nur am Anfang das Ziel klar, also wenn ihr den Ball habt, auf die Seite, wenn ihr den Ball habt, auf diese Seite. So, angenommen, ihr habt den Ball, auf die Seite macht einen Punkt, bleibt den Ball besitzen. Der Ball besitzt einen Punkt gemacht, geht es genau in die Linie durch. Okay? Das heißt, wir haben die andere Richtung, genau. Und je schneller ich das mache, desto besser werden wir gesagt. Je schneller ein Punkt, desto sofort wieder losgeht. Und die Deckung ist dann auch fast. Das kann passieren, das passiert am Anfang oft, dass ein Angreifer dann drei, viermal hin und her steht, weil er politisch nicht richtig gegriffen hat. Aber er muss noch richtig aggressiv verteilen. Aber jetzt mach ich so lang, aber dafür intensiv und effektiv. Was geht jetzt? Ich drehe schon mal ganz kurz. Ganz kurz. Noch ein Hinweis für die Trainer. In dieser numerischen Anordnung könnt ihr das nur mit Hüten machen. Wer kommt von euch in die C-Jugend nächste Saison? Wer wird C-Jugend? Alle. Also wir können doch ausgehen, das ist also Elmstraße D-Jugend. Mit D-Jugend, wie Kind gegen Ersten und Anfang, Zweiten, ja, könnt ihr das nicht nur komplex trainieren. Ja? Und bitte, auch dann nicht mit einer großen Zahl, ja? Sondern fünf gegen fünf, weil ich sage, viel verkürzt. Nicht, dass ihr das jetzt einfach überdebt und sagt, ihr habt das auch so gesehen. Ja? Das könnt ihr nicht machen. Der Grund ist, der Kind zu sehen. So. So steht. Hopp! Hopp! Nonaler! L bilge. Schlau! Eins, des Klauts! Blor. Weiter. Diab codedmuss waren metro, hat oder nicht? Nicht schon Meter lang. Der mightier ist noch ab. Drei rot, sorry. Ist noch mal sorge aus. Was ist noch nie, Psychatta? Laue Klat. Bisschen, T Пос Hobart. choisанс bin ich, drei rot. Das war's, das war's. Stattdaten auf! Auf! Halt! Jawohl! Sehr schön! Halt! Halt! Lauf, loop, loop, loop! Halt! 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 Okay, kurze Pause. Ich mache die letzte noch mit der Hand. So, einmal links daneben. Denmal, da hinten noch die Waffe. Denmal, da hinten noch die Waffe. Denmal, da hinten noch die Waffe. Der zweite Mal, frei oder festgelegt? Der zweite Mal, frei oder festgelegt? Was muss man zeigen? Frei. Frei, also beliebig mehr als schnellste Reagieren. Aber ich erkläre beide. Okay, so. Alle, die die Aufstellung sehen. So, hier, gut da. Der Führer hat man einfach noch. Sehr schön. So, die letzte Wort. Das ist ein Spiel, weil wir mit verschiedenen Werten spielen. Alles klar, so steht. Wir deutigen, wir deutigen, aber nur in der Antragsfrage. So, immer, wenn ich den Punkt auf der Seite gemacht habe, kann jedes in die Gegend richten. Für wen kläre ich das? Also, immer mit auf einer Seite, egal, ob die andere Punkt macht, muss es in die andere Richtung gehen. Wir spielen weiterhin, ohne Tippe und Prell, auf einzelnen Bällen könnte das wohl nicht gut lohnen. Und alle Bilder haben, lieber gleich einsetzen, aber auch noch ein paar andere zu nehmen. So, jetzt zum nächsten Mal zum Eingang, kommt ja nicht kurz vor der Schraube, ich gehe kurz hier hin. Also, wenn ich einen Punktmacher, egal, welche Machtstelle ich mache, den Ball hier hinnehme, geht es mit dem nächsten Ball auf der Matte weiter. Jetzt gibt es für euch zwei Möglichkeiten. Ich kann das so sagen, wie ich es jetzt zuletzt macht habe, dass ich manchmal den Punktmacher den Ball nehmen muss und in die Gegendrichtung spiele. Dann kann es auch, das machen wir jetzt mal, wir haben schnell gestalten. Verstanden? Also, wenn ihr einen Ball habt, legt ihr ihn hier hin und der Ball liegt vielleicht da und da ist gerade vielleicht die Gegenspielerin in den grünen Ball, geht die ihm weiter. Also, wenn ihr den Ball habt, ihr dürft nur nicht die Ball vorher legen, bevor der Ball auf der Matte ist. Später in den Tee, wenn du kannst du uns vorstuhren. Verstanden? Also, Ball hat nur hier, wenn der Ball sicher liegt. Und wer der Schmelz ist, hat den Ball. Vergiss die Idee. Kannst du den auch nehmen, wenn du den unabgelegt hast, kannst du auch nehmen. Oder ein anderer. Wer hat Schmelz. Und ihr müsst noch mehr auf die Seitenwächse. Und die Benne habt ihr gesehen, die im Kugelspappen. Den könnt ihr schlecht passen. Müsst ihr selber sehen, wie er den passt. Ich erneut euch nicht dafür, dass es nicht so ist. Ich erneut euch nicht immer schätzen. Okay? Okay, wir beide. Komm. Komm. Komm der! Komm der, der, der! Die, 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 auch! Die, 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 auch! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR